Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's play life is strange Und ja, haben wir den Schlüssel für Chloé gesnackt Oder beziehungsweise Chloé gesnackt Und jetzt gehen wir eine Runde Planschen Mega-Protor, voll ganz ernstens Dafür mache ich Chloé Wir sind in der Otterstelle Großes Problem, ich will das heißes Wasser We still have to play it cool, okay I still go to school here You can own this hellhole once you figure out your rewind power Chloé is so psyched for girls night out So I better follow her evil plan Ich will das ehrlich sagen, weißt du Ich sowas das Geld klauen, das fand ich jetzt nicht so Ich fand, die Logik war da, also das gebe ich ja zu Aber ich fand das nicht gut Aber das hier ist es Allemale wert Ah, ohne Witz Das ist es allemal wert, so ein Scheiß zu tun Ich würde eine Soda lieben, aber ich werde einfach gefeiert Ich ziege die Junge Ich bin aufgetreten von der Limo Ich gehe die Abheur im Schlüac Hlug, hlug, hlug Ok, so Sprechen? Nö Sprechen mal ein bisschen umgucken Guck mal hier Oh hier Plakate, Plakate Ja wahrscheinlich nur Ottas Plakaten Ja, wow Ok Hmhm Ne, so Sprechen Sorry Mädchen oder Mädchen? Mädchen oder Mädchen? Figuren. Perf. Lass mich schauen, ob die Pohle heht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, nicht für beiden. Oder ist sie bei den Mädels näher gegangen? Jetzt gar nicht aufgepasst. Ups. Hab ich gesagt, wie ist das für den Jungs reingang? Jocke, an sich. Ich glaube, jemand hat ihren Blackwell-Spirit vergessen. Keine Chance, dass ich Zachs Jerzee touchen kann. Das muss für die Kinder trainieren. Oh. Zach ist wirklich nicht interessiert. Er weiß nicht, was passiert, wenn ich hier bin? Oh. 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 Ich liebe Warren Crayham. Ich liebe es. Oh, diese sind ein kleines Poolglasses. Max Caulfield, Moral Avenger. Ich liebe es. 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 okay weil ich mich so hier sind scheiben wir laufen nicht rum ich mein Blackwell hat dann natürlich kein Machweise zu diesen David oder so nein ihr könnt natürlich nicht das klick David natürlich nicht ok ich muss eben was wissen aber secret things was was können wir drüber nähen und Max ist natürlich viel zu sportlich und hier mal kurz drüber zu steigen guck mal da in Otto oder so das in Otto sein ich glaube schon ja Gott so weh ich könnte jetzt voll rein schubsen Max try to find the light for the pool I want to see the sharks otters don't like sharks they bite so do I hit that light ok es wäre echt krank wenn wir anmachen würde ich hier drin ist also ich wärs ich würds feiern wir waren noch mal ne 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 guck mal hier was haben wir hier an in case i run out of air i know where to come ne das ist so ein atem scheißding das sind die Mädels da muss natürlich auch noch mal nachgucken ne so ein bisschen spender so ein paar hier tun ne auch was es oh pink goo i see why everybody brings their own soap this isn't a desperate cry for attention or anything hm ja auch was hier können wir gleich mal gucken rachel i hope so friend dear kate i don't care god a miracle to save kate would have been nice ne socke ist das uns was ist das das ist was ist das looks like brooke wants to go to the drive-in with warren das haben wir kann ich für unser mobile denn da wollten wir hin ne das ist hier denn nebenraum das ist das t-shirt Those are some musty ass old shirts. Yuck. Those look like the most cozy comfy towels in towel history. Flippers in a swimming pool? Are they training navy frogmen here? So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said don't confuse art with the artist. These are cool shots. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Ketter Bay, Buslinie. Eine Fahrt nach Portland. Am 2.10.2013, 18 Dollar hat es gekostet. Nach Dekan... Gültig bis 13.12.2013. Silvester also. Ist ja was gewesen. Okay. Okay. Das ist ja auch alles. Ist das ja... Ja, girls can swim too. Ja, das ist logisch, weil das sind auch Menschen, die dürfen das auch vollkommen können. Was? Oh. Das war dezent gruselig. Also das war aber mehr wie dezent gruselig gerade. Holy shit, eh. Ja. Ganz cool. Ja, aber ich krieg's ja durchfall, weil's durchhaut. Ja, das haben wir halt sein. So. Rettungsmaß. Du denkst nicht, dass ich dir einen Weg machen werde. Chloe ohne Mützen zu sehen. Aber gut. Wir gehen gleich hinterher. Natürlich. Wenn wir noch nach Baden gehen, eh. Jetzt wollen sie mir hier einen Kürbis. Ah, look at the baby Halloween pumpkin. Baby, jo. Das sieht nicht so baby aus, aber... Gut, es gibt definitiv größere. Das kann ich bestätigen, aber... So baby ist ja auch nicht, was ist das denn? Other Skulls, eh... Was ist das denn? Das kann ich mal lesen. So, the big plan is... Wins. Ah. 1. Wind, 2. Wind, 3. Wind. Ja, hm. Auf jeden Fall eine Wind-Wind-Situation. Okay, wir haben ja alles gemacht. Chloe. Als ob Chloe so... 24,7 ihr Gelumpe dabei hat, so zum Baden. Wo können wir uns jetzt einfach mal hier so... Ja, ja, hm. Vielleicht wir erst mal umziehen, Max. Ich weiß nicht, wo... Wo muss ich jetzt hin? Sprechen. Hi. Komm. Oh, ja, Baby. Es fühlt sich wie ein Hot Tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes, because I wanted that cash dash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Hey. Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Okay. Ah, die hat natürlich einfach unter... Okay. Ich hab jetzt echt gedacht, hier ist ein paar Sachen. Ja, guck, guck. Gibt's jetzt. Wie, guck. Ein Otter in meinem Wasser. Dun, 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 dun. Ich will nur noch mal wieder aufhören. Ich will nur noch mal wieder aufhören. Otter's Revenge. Schechter. Ja, du wirst das nicht wissen. Hm. Ich wünschte, dass Rachel hier war. Sie würde total lieben, hier in der Nacht sein. Ich wünschte, dass ihr euch alle mit uns kennengelernt habt. Mit all diesen Sachen, ich denke, dass alles zuhören ist. Und ich will wissen, warum, für Kate's sake. Sie wirst nicht sterben. Deine Macht verändert alles, Max. Besonders dich. Ich kann schon wissen. Du bist nicht so schickenshit mehr. Danke, Freundin. Du kennst das, was ich meine. Du bist wie diese Kraft der Natur. Wie die Glück der Natur. Komm schon, meine Macht hat versucht, zu retten Kate zu retten. Vielleicht bin ich einfach zurück und zurück in Zeit. Für welche Grund? Du hast mich nicht verletzt, als du mich schaffst, Max. Du bist nicht so schaffst, aber das ist, weil du da warst, um meine Macht zu retten. Also, es ist Zeit, um zu gehen, in Zeit zu gehen. Und wir sind natürlich verbunden, weil du nicht so schaffst, ohne mich, dass du dein Macht hast. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, okay? Also, ich höre auf den Kapitän Glowy. Ich versuche. so lange, dass wir diese Macht nicht verletzen. Stopp, du bist so schaffst, du bist so lecker, du bist die leckerste, die ich immer kennengelernt habe. Mehr als Rachel Amber? Mann, ich bin nicht ihre Gruppie, okay? Und ich bin sicher, dass du dir alle Blakwell-Bros haben. Wie Warren. Du bist der BRO-Killer. Tats und Typ. Du bist nicht einfach so gesagt. Plus, ich bin nicht mit diesen Arcadia Bay-Hillbillies. Ich bin nicht zu schaffst. Ich bin nicht zu schaffst. Auf jeden Fall, wir haben größer Fisch, nicht wahr? Keine Worte. Als du dich schaffst, wirst du die Welt schaffst. So lange, du bist da mit mir. Du bist nicht so schaffst. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht verlassen. Jetzt bin ich kohlen hier. Weil wir schaffst, auf jeden Fall schaffst. Ich denke, ich habe meine Spiele für den Jahr. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Ich werde mich schaffst, wenn ich rauskomme. auf jeden Fall schaffst. Gross. Ich fühle mich, dass wir in der Chlorien Bay sind. Du schaffst, mit deinem Haar in Chemikalien. Danke. Du wirst. jetzt gehen. Heide! Wir müssen jetzt gehen. Du schaffst mich? Du weißt schon. weg, wie wenn wir Kinder waren. Ich kann die Kraft oder einfach einen Schlaf, oder beide. Hallo? Ah, hier rein! Nein! Bleib draußen! Oh je! Hallo? Okay. Nee, bin ich nicht. Bleib da vorne. Besser nicht versuchen, keine Halloween-Franke nach heute. Ich bin ernst. Ich habe hier etwas gehört. Ich habe hier etwas gehört. Wer ist hier? Ich habe eine Flaschleitung und eine Stücke. Ich hoffe, ich habe den Knochen nicht gemacht. Wir sind so invisibel. Wir sind richtig gut. Warte! 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 Sie kommen! Wir müssen einen anderen Weg raus finden. Oh, das ist Scheiße! Was? Ja, wir können weggehen. Du kannst jetzt nicht zurückgehen. Du bist ein Blackwell-Fugiter. Crash auf meinem Platz heute Nacht. Du willst mich, wo der Blackwell-Security-Officer ist, also ich bin sicher? Okay. Okay. Ja, wir können weggehen. Ja, wir können weggehen. Gehen in! witzig öhöhö schlicht ich kann mir dann hier auch gleich mal bei ähm mir ist kalt bei Metzen vorbeigucken das wäre vielleicht ganz optimal das wären wir noch mal bei dem Dings rumgucken können in der Garage oder ne ok es ist morgens ne da auf dem Bild übel die hier und dies flacke alle übel dort seine flacke weißt du aber die kennt ich kann die Fläche ein also jetzt ok always remember this moment photobomb photo hog Es fühlt sich wie eine andere Welt von gestern. Wir haben eine Skidmark auf Blackwell letzte Nacht. Wie es braucht eine andere. Ich würde etwas gut machen für meine Schule in Arcadia Bay. Ich kann sogar sogar meine Fotos anrufen. Ich habe einfach nicht gefeiert. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burned to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... ...since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so wiped out from last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. And the couple people have my own conversations. With the sidewalk and the pigeons in my window reflection. The mask I polish and they keep them how the morning looks like shit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020